Das Hagen-Dazs Chocolate Frappé aus der Barista Collection ist ziemlich rar. Ihr bekommt es nicht im normalen Supermarkt. Trotzdem habt ihr die Möglichkeit es theoretisch zu bekommen. Nicht jeder von euch, aber ob sich das Ganze auch lohnt, das werde ich jetzt hier in diesem Test rausfinden. Deswegen bleibt dabei und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo zusammen und seid herzlich willkommen zu dieser neuen Eis-Review. Viele von euch werden dieses Eis sicherlich schon in meinem Food Hall Luxemburg Video gesehen haben. Und zwar ist es das neue Hagen-Dazs Chocolate Frappé, also seit ein paar Monaten gibt es das schon, aus der Barista Edition. Das Eis bekommt ihr nicht im Gegensatz zu anderen Barista Editionen, wie zum Beispiel Chai Latte, bekommt ihr nicht den normalen Supermarkt, sondern nur bei Corle Pizza. Und das gibt es nur in Brandenburg, Berlin oder so in der Region. Deswegen schade eigentlich. Trotzdem, ich habe das jetzt hier aus Luxemburg und Luxemburg-Burch gekauft. Und ja, wie gesagt, vielleicht wohnt ihr an einer Grenze, dann könnt ihr da mal hin. Oder ihr wohnt in Berlin-Brandenburg, dann könnt ihr es euch da bei Corle Pizza bestellen. Deswegen hat es ja durchaus eine Daseinsberechtigung, dass wir uns dieses Eis jetzt hier genauer anschauen. Es könnte auf jeden Fall der Chocolate Kick überhaupt werden. Hagen-Dazs Eis, kennt man, sahnig und cremig. 460 Milliliter sind drin und 377 Gramm ist interessant. Tatsächlich ein bisschen weniger Gewicht als viele andere Hagen-Dazs. Hier ist dann doch relativ viel Luft drin. Verwundert mich jetzt gerade ein bisschen. Kostet ungefähr 6 Euro im normalen Supermarkt, bei Corle Pizza vielleicht ein bisschen teurer. Und das Ganze ist eine Schokoladeneiscreme mit Schokoladensauce 15% und Schokoladenstückchen 6%. Also Schoko, Schoko, Schoko. Und wenn es auch nur halb so gut schmeckt, wie das Bild hier aussieht, dann könnte es absolut der Shit werden. Hier könnt ihr euch die Nährwerte anschauen. Und ihr seht, mit 300 Kalorien und 16,7 Gramm Fett ist da schon ordentlich was drin. Schmeckt deswegen aber auch bestimmt besonders geil. Ordentlich Zucker, passt soweit. Die Zutaten, Hagen das typisch bestimmt oft sehr übersichtlich. Sahne, 26%, Magermilch, Zucker, Schokolade, 12%, die da besteht wieder aus diesen Zutaten. Vanille, Aroma, Glucose, Serum, Eigelb, Weiz, Mehl, Sonnenblumenöl. Also schon ein bisschen mehr drin, weil wir die Soße drin haben. Aber doch so eigentlich ganz okay. Wenn man überlegt, je mehr drin ist, also Soße, Schokostücke, desto mehr einzelne Zutaten sind auch drin. Weil die werden ja auch alle immer einzeln erwähnt. Sprich, wenn Zucker ist in der Soße, ist im Eis und ist in der Schokolade. Und deswegen steht dreimal Zucker drauf. Und deswegen sieht das dann auch immer so viel aus. Vanille-Aroma ist drin, natürliches. Und aber auch andere Aromen. Wie gesagt, das ist ein bisschen komisch. Aber gut, dieser eingefällt mir ganz gut. So Hagen-Dass-mäßig eher minimalistisch. Interessant wird es jetzt, wie das Eis von oben aussieht. Und ich habe schon mal den Deckel abgemacht, damit es ein bisschen antaut. Und ja, es ist geglückt. Ups. Es sieht schon mal wirklich ganz gut aus vom Antaufaktor. Das macht mich jetzt hier gerade ziemlich an, muss ich sagen. Ich meine, guckt es euch doch mal an. Es sieht doch wohl verdammt schön aus. Ich mache mal eben noch ein Foto davon. So, oben cremig. Und jetzt gucken wir da doch mal genauer rein. So, sorry, mein Stativ fällt hier gleich runter. Deswegen wackelt das hier gerade ein bisschen alles. So, und das sieht hier schon mal sehr, sehr cremig aus. Das ist jetzt ungefähr 20 Minuten draußen gewesen. Hängt ja immer davon ab, wie kalt der Eisschrank ist. Hier am Rand wirklich geil cremig. Und hier sieht man auch schon die Schokosauce, die einem dann irgendwann entgegenwabert. Macht mich jetzt ultra an. Ich bin jetzt sehr gespannt hier auf den ersten Schokogenuss. Konsistent sieht schon mal sehr geil aus. Hallöchen. Also, wow, ich bin sehr gespannt. Alter Falter. Sorry, der Stativ steht hier immer noch nicht so ideal. Das ist fantastisch. Boah. Sehr schokoladig. Ich hatte jetzt hier auch schon direkt so Schokostückchen. Ich hatte eher den Eindruck, dass es Brownies ist. Aber hier ist ja auch irgendwie Weizenmehl drin gewesen, ne? Ach ja, Schokoladenkuchenstückchen. Entschuldigung. Ich habe mich vorhin verlesen. Nicht Schokostückchen, sondern Schokoladenkuchenstückchen. Und ich wollte gerade sagen, es schmeckte doch wie Brownies. Und es war, wow, sehr schokoladig. Boah, Wahnsinn. Das Eis ist extremst schokoladig. Bisher ist ja eigentlich immer das Ben & Jerry's, Fudge Brownie, das schokoladigste Eis für mich gewesen. Aber das hier, das könnte dem echt den Rang ablaufen. Vor allem, wenn hier so viel Soße auch drin ist, wie drauf steht. Wow, wow, Leute, das haut mich hier gerade echt mega um. Guckt euch mal die ganze Schokosauce hier an. Ups, auf die Tischdecke. Wow. Okay, ich bin gerade echt ganz schön geflasht. Hier, große Kuchenstückchen. Also hier so ein bisschen, jetzt nicht so Brownie-mäßig, ne? So Brownie-mäßig groß wie beim Ben & Jerry's, so ist es nicht. Fantastische Vollmundigkeit. Sehr, sehr cremig. Sehr, sehr voll vom Geschmack. Alter. Oh, diese Schokosauce, ne? Vergesst Ben & Jerry's, Fudge Brownie. Das hier ist das schokoladigste Eis aller Zeiten, was ich bisher hatte. Es tut mir leid, dass ich euch das sage, denn viele von euch werden dieses Eis nicht bekommen, weil sie nicht in Brandenburg wohnen oder in der Nähe von Luxemburg. Aber wenn ihr irgendwie die Chance habt, ich kann euch sagen, ihr müsst es kaufen. Es ist verdammt lecker, es ist verdammt schokoladig. Boah, ich flipp gleich aus. Wow. Wow. Leute, es tut mir leid, dass ich euch jetzt hier wirklich einen vorstöhne, aber ich bin echt richtig begeistert. Es ist so extrem schokoladig und so eine schöne Konsistenz. Und richtig intensiv, auch eher so Richtung Zartbitter, vor allem die Soße, sehr intensiver Kakao-Geschmack. Guck euch mal hier die ganzen Soßenbatzen an. Wow. Ich bin begeistert. Also wie gesagt, auch die Eiscreme an sich selbst ist schon sehr schokoladig und sehr cremig. Ihr seht dazu auch, wie schön das schmilzt. Ein absoluter Hochgenuss. Das Hagen das Chocolat-Frappé. Ihr müsst es euch kaufen. Und jetzt muss ich nochmal sagen, sorry, dass ich so begeistert hier bin. Aber ich muss das halt einfach gesagt haben. Vielleicht könnt ihr aber ja auch mir oder anderen Lesern, äh, Zuschauern, nicht Lesern, euer liebstes Schokoladeneis empfehlen. Schreibt es in einen Kommentar, was ist für euch der Schoko-Shit überhaupt. Für mich, ab jetzt offiziell, das Chocolat-Frappé von Hagen-Dazs ist es einfach großartig. Daumen nach oben, Daumen nach oben für euch, fürs Zuschauen und Daumen nach oben für mich, falls euch das Video gefallen hat. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.